Ich habe noch ein Spezialgast für euch, ein ganz extra Spezial-Spezialgast aus Hamburg. Und zwar eine sehr charmante, kleine Unigame aus dem Traumreich hier. Und begrüßt sie, sie heißt, begrüßt sie mit mir, sie heißt Cecile. Seine Seine Seine. Seine Seine Seine. Sie sind die Faktoren. Sie sind die Faktoren. Du bist so wunderschön, du bist so wunderschön. 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 Du bist so wunderschön. Ja, bravo, bravo!